Wir sind der DWB Holding Hauptstadtsprinter von der Ruder Union Arcona und wir haben uns für den Amateursportpreis 2018 qualifiziert, weil wir uns in der Ruder Bundesliga gegen 17 andere Teams durchgesetzt haben. Wir sind der Liga Champion 2018 der Nationalen Sprintliga. Wir sollten den Amateursportpreis gewinnen, weil wir bereits seit sieben Jahren als Team beständig sind und uns jedes Jahr kontinuierlich gesteigert haben. Wir konnten letztes Jahr bereits den zweiten Platz erreichen und uns dieses Jahr sogar die Liga Krone aufsetzen. Das Preisgeld benötigen wir als Amateursportteam, um unter anderem für die nächste Saison unsere Startgebühren finanzieren zu können. Bitte stimmt für uns ab, weil wir das erste Berliner Team sind, das die Ruder Bundesliga jemals gewonnen hat. Stimmt für uns ab!